Musik Moin Moin und Bums, da ist er, der Freitag und hier der Quickie am Morgen, unser Nachrichtenüberblick. Der Comedian Bülent Ceylan kommt zurück auf den Schirm. Ab heute gibt es sechs neue Folgen seiner Comedy-Show und er verriet in einem Interview. Ich spreche gar kein Türkisch, wir empfehlen einen Kurs. Türkisch für Anfänger. E-Books sind im Kommen, wie Mediacontrol mitteilt, sind im ersten Halbjahr 2012 mehr E-Books verkauft worden als im gesamten Jahr 2011. Macho Macho, Reinhard Fendrich und seine Frau haben sich getrennt. Die Beteiligten geben dazu keinen Kommentar, aber Mutter Fendrich wettert. Sie hat alles erreicht, was sie wollte. Sie ist eine kaltherzige Frau. Und das Wetter heute ist auch kalt, aber nicht ganz so kalt. Es sind 16 Grad heute und es ist sonnig im Sauerland.